Dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo und ein herzliches Grüß Gott aus dem schönen Bayern. Teil 11 ist am Start der munteren Kategorienbesprechung auf dem Gleichsatzkanal der Schwesterveranstaltung von Gleichsatz.de, der besten philosophischen Webseite ever, wo gibt, sozusagen. Die Nummer 41, ein etwas längeres Zitat. Ich hoffe, ich kann meine Jüngerinnen am Bildschirm halten. Wilhelm der Mackensen, Grundzüge einer Theorie des Abstraktionsvermögens aus dem Jahre 1799, also knapp 1800. Man möchte es nicht für möglich halten, wie weit hier in deutschen Landen schon gedacht wurde. Nicht nur Kollege Kant, der zu dieser Zeit gerade seine Hochzeit-Mächten-Sprechung hat. Aber genug geplaudert, es geht los. Die Vorlesung startet. Froh und wohlgemut geht der berühmte Wolf, Christian Wolf, ein Vorgänger, Kanz, der Nachfahre Leibniz, sozusagen, in der philosophischen Tradition Deutschlands. Geht der berühmte Wolf in seiner Ontologie seinen geraden Gang durch lauter identische Sätze fort und sagt mit der größten Wohlgefälligkeit, dass Substanz, 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 Ursache, Ursache und Bewegung, Bewegung ist. Man ist dabei in einer sonderbaren Bewegung zwischen zwei Empfindungen, nämlich zwischen der sympathetischen Teilnahme an einem sorgenfreien, von keinem philosophischen Kummer gequälten Gemüt und dem Unwillen, den man darüber empfinden muss, dass er Untersuchungen, welche die großen Geister der griechischen Philosophen durch ihren bewundernswürdigen Scharfsinn zuerst auf die Bahn brachten, so leicht von der Hand schlägt und die Urheber seiner Wissenschaften, ohne welchen er seine Metaphysik gewiss nicht würde haben schreiben können, nicht einmal zu kennen scheint. Der berühmte Wolf. Denn mit einem Wort, die Skeptiker sind es, die die Metaphysik hervorgebracht haben, und obgleich alle Welt in dem Wahn steht, dass die Skeptiker die Leute sind, welche der Philosophie den Gar auszumachen trachten, so ist nichtsdestoweniger gerade das Umgekehrte wahr, dass die Skeptiker die Philosophie herbeigeführt haben und dass man nie philosophiert haben würde, wenn man nie gezweifelt hätte. Wie sollte man wohl darauf gekommen sein, Begriffe zu untersuchen, die uns durchaus nicht verdächtig vorkommen können, da sie uns treulich durch unser ganzes Leben begleiten und nie rätselhaft scheinen können, da sie so wenig mystisch sind, dass der gemeine Verstand in ihnen eigentlich zu Hause zu sein scheint und sie ihm so bekannt sind wie die Genossen, mit welchen er von Jugend auf bis in sein Alter gegangen ist. Ich kann nur meine Bewunderung aussprechen, wie gut solche Sätze tun, auf dem Weg in ein geistig freieres Leben. Ich will noch mal ein paar Knackpunkte hier hervorheben. Was Mackensen hier an dem berühmten Wolf kritisiert, ist, dass er eben in seiner ganzen Philosophie-Ontologie einen geraden Gang durch lauter identische Sätze geht, also Substanz ist Substanz, Ursache, Ursache und Bewegung, Bewegung und so weiter. Sprich, er geht einfach von den Dingen als an sich existierend und auch als solche unmittelbar wahrgenommen aus und dabei quält ihn kein philosophischer Kummer, den man da eigentlich empfinden müsste, wenn man die Geister der griechischen Philosophen besser aufmerksamer hätte betrachtet, die ein Geister der Skepsis sind und welche unter dem Vorurteil, lange Zeit unter dem Vorurteil oder alle Welt leidet unter dem Vorurteil, dem Wahn, dass Skeptiker die Leute sind, welche der Philosophie den Garaus machen. Also solche Leute haben wir ja schon kennengelernt, den schon angeführten August Messer, Messer, Messer. Und hier nochmal dieser Umstand, und dass eben der naive Geist nicht darauf kommt, dass eben diese Begriffe nicht so einfach aus allen Wolken fallen und da sind plötzlich, eine Existenz haben, identisch, harmonisch mit der Realität, sich befinden. Weil dieses identische Denken, das man von klein auf, von Jugend auf schon kennt, das ist ein Schaf, das ist ein Buch, das ist eine Blume, diese Identifiziererei begleitet oft bis ins Alter, sind die Leute in dieser Illusion befangen, es mit einer allgemeingültigen Realität zu tun, zu haben, die gleichermaßen von allen anderen Menschen auch geteilt werden muss, wie selbstverständlich. Und hierbei handelt es sich um einen Glauben. um ein Vertrauen, um eine Hoffnung, um einen Idealismus, einen Optimismus, eine Lebenseinstellung, die in dem Wahn lebt, es wäre die ganze Welt in rationale Einheiten aufgeteilt, die sich gegeneinander verrechnen lassen, ohne Rest. und alles Friede, Freude, Eierkuchen zu sein hat im Geistesleben. So, war doch gar nicht so schwer. Die Uhr habe ich wieder vergessen. Die Uhr habe ich wieder vergessen. Also, was war das jetzt? Das waren keine 10 Minuten. Waren keine 10 Minuten. Ich sage mal, es waren jetzt 8, gut gerechnet, und dann einer von mir aus 5, dann gebe ich jetzt noch 25. So, jetzt geht weiter mit der nächsten Nummer, das Individuum als nicht weiter hinterfragbare Einheit. Das ist auch so eine Geschichte, dass eben Leute meinen, oder davon ausgehen, ganz wie selbstverständlich eine Identität zu besitzen. Entweder, weil sie derartiges überhaupt nicht reflektieren und automatisch in jedem Satz dreimal ich sagen, ohne sich eben Gedanken zu machen, woraus so ein Ich und dann ein Selbst und auch eine Person, dann eine Persönlichkeit dann besteht. Oder was denn alles, was jetzt Charakter angeht. Das sind alles keine Probleme. Da ist man eher auf dem in dem Fahrwasser eines Descartes. Ich denke, also bin ich. Und das ist ganz offensichtlich, weil ich gerade nicht spreche oder auch sonst nichts anderes tue. Und schon ist der Fall erledigt. Wären da nicht die Fälle, wo jetzt, wo man jetzt zu hören kriegt, ja, so kenne ich dich gar nicht. oder da war ich völlig außer mir. Oder man ist eben im Zweifel über das, was man darstellt, wie man sich sieht im Bewerbungsgespräch. wo sehen sie sich jetzt in den nächsten zehn Jahren. Und schon beginnt der große Selbstzweifel. Keine Ahnung. Diese Selbstzweifel können dann auch so weit führen, dass sie eben bodenlos werden und in eine Depression umschlagen und dann einen Fall für den Therapeuten sind. Wem das rechte Maß aus dem Auge verloren wird. Es geht weiter mit der Nummer 150 und einem Zitat, dem Zitat eines berühmten römischen Philosophen Kikaro, würde Fritz Martin sagen. Der schreibt irgendwo, ihr schlagt die Bücher der Weisen auf, betrachtet die Natur, kehrt durch die Reflexion ins Innere ins Innere Fauxpas ins Innere eurer Selbst zurück, ihr Toren, wozu dient all diese Arbeit, wenn sie damit endet, dass sie euch die völlige Nutzlosigkeit und das Lächerliche all eurer Bemühungen womit ihr eure Stunden verschwendet kundtut. Das wäre jetzt so ein Selbstzweifel aus der Abteilung Nr. 43 Ein gängiges Beispiel sind die mittleren Lebenskrisen oder die berühmte Frage ja ist das schon alles sich die Leute selbst stellen und jetzt meinen sie müssten nochmal den großen Wurf landen. Also hier sind wir wieder im Bereich der Psychologie der dann unter Umständen mit voller Wucht durchschlägt, wenn da nicht eine entsprechende philosophische Vorbildung erfolgt oder im Grunde genommen ist das die normalste Vorbereitung auf ein weiteres Leben in früherster Kindheit einem derartige Illusionen aus dem Kopf zu schlagen was haben wir hier für Differenz schwarz doch hübsch ein weiterer Selbstzweifel findet sich in Goethes Faust klassisch Faust Studierzimmer Faust verfällt in seinem hohen engen Studierzimmer in eine trübe Stimmung trotz seiner wissenschaftlichen Titel und Auszeichnungen fühlt er sich nutzlos er glaubt dass er keine wirkliche Erkenntnis gewinnen kann dass er im Grunde genommen so dumm wie ein Narr ist weil er mit seinem Weltwissen nicht weiter kommt hat sich Faust der Magie zugewandt oder eben dann was wir später noch zuhören bekommen diese Auswüchse in Richtung Sekten Wiesen und dergleichen wo dann der Zweifel eine besondere Rolle spielt in der Beherrschung der unbedarften Seelen jetzt muss ich hier doch nochmal eine Korrektur anbringen weil hier etwas verrückt ist nicht dass ich da wieder den Programm Balken im Bild habe wie das schon einmal der Fall war ich denke mal in Teil 6 der berühmt berüchtigten Kategorien Trilogie des Gleichsatz Kanals gut also man fühlt sich nutzlos jeder Intellektuelle kennt die Momente wo er an der Sinnhaftigkeit seines Tuns zweifelt keine Klicks auf YouTube keine Flo-Folla in Facebook und schon wackelt das Weltbild weil man sich eben die falschen Vergleichspunkte setzt und der gleichen beziehungsweise hier bin ich schon wieder verkehrt sein wirken nicht in die richtigen Verhältnisse zu setzen weiß ich zum Beispiel habe meinen Durchbruch im Jahre 2093 Post-Hum sozusagen und wie steht das mit Augustinus einem in der ersten Hälfte der nachchristlichen Zeitrechnung etwas weiter denke mal 600 wenn mich meine Erinnerung nicht trübt das Ich ist Augustinus unmittelbare Erlebnis Gegebenheit von unbezweifelbarer Gewissheit das Ich steht über den Akten also hier eine Einheit postuliert von unbezweifelbarer Gewissheit der der Fels in der Brandung sozusagen eine feste uneinnehmbare Festung die über den Akten steht über dem Willen steht auch und hier alles kontrolliert quasi die Vernunft gepachtet hat das sind alles so Vorstellungen so Fantasien zu denen man kommt wenn man alles mögliche reflektiert Ich denke mal die Buddhisten sind die jenigen die nicht nur keinen Gott kennen sondern auch kein Ich in dem Sinn wenn ich mich nicht irre Sam Hopkins aus dem Schatz Silber und Sie oder so ähnlich das Ich spielt eine große Rolle in der Erziehung das wird aufgebaut und dann immer wieder darauf rekurriert immer wieder Bezug genommen Du Du was machst Du Du machst so etwas das Nun gut als nächstes lasse ich lassen wir Arthur Schopenhauer zu Wort kommen der immer wieder für eine amüsante Variante ins Gewissen reden des gemeinen Mannes gut ist Die Welt als Wille und Vorstellung Band 1 Teil 2 Es ist wirklich unglaublich wie nichts sagend und bedeutungsleer von außen gesehen und wie dumpf und besinnungslos dumpf und besinnungslos von innen empfunden das Leben der allermeisten Menschen dahin fließt Es ist ein mattes Sehnen und Quälen ein träumerisches Taumeln durch die vier Lebensalter hindurch zum Tod unter Begleitung einer Reihe trivialer Gedanken die gleichen Uhrwerken welche aufgezogen werden und gehen ohne zu wissen warum und jedes Mal dass ein Mensch gezeugt und geboren worden ist ist die Uhr des Menschenlebens aufs Neue aufgezogen um jetzt ihr schon zahllose Male abgespieltes Leierstück abermals zu wiederholen Satz für Satz Takt für Takt mit unbedeutenden Variationen Nun ich der ich äh keine Ur-Ur-Ur Enkel in meiner Familie aufzuweisen habe kann dennoch aus Erfahrung sprechen dass es Generation für Generation immer wieder derselbe Mist ist sie fallen auf dieselben Tricks herein passen sich denselben Gepflogenheiten an irgendwann nachdem sie in ihrer Jugend aufmüpfig waren und dann eben über 30 unglaubwürdig werden ja ein Zweifel am Dasein der allermeisten Menschen die so gern als Arbeiterklasse beschrieben worden sind als man noch hoffte sie massenhaft an die Wahlurne zu scharen um damit im politischen Geschäft Mehrheiten zu erzielen da wurden sie glorifiziert die allermeisten Menschen der Durchschnitt die gedankenlos durch ihr Dasein taumeln und das Leben ihrer Eltern nachleben um eine unbedeutende Variation Visionen verändert wie heißt es so schön bei den Godfathers Birth School Work Death im Refrain und das war es dann wohl ja und warum ist das hier in der Rubrik Zweifel das sind sogenannte Lebenszweifel oder eben Fragen nach den sogenannten Lebenslügen wo sich jemand vormacht ist ist alles super toll aber das ganze ist ein aus aus einem schönen Saufen sage ich mal wie hoch ist nun gleich gleich nochmal die Zahl der Alkoholiker hier in Deutschland oder weltweit oder die Zahl der Drogenabhängigen Deutschland oder weltweit oder der fernsehsüchtigen Deutschland oder weltweit da kommt einiges zusammen die alle ihre Realität sich mehr oder weniger schmackhaft machen müssen alles andere als ein sinnerfülltes Bewusstsein beziehungsweise Dasein haben führen leben ihr eigenen nennen der nächste Punkt zweifelt am zweifel differenziert diesen zweifel eben in eine gute und eine schlechte Seite wir ich du er sie ist hatten bereits das vergnügen mit den eher düsteren Seiten der Angelegenheit und denen des Lichts der Aufklärung der Klarheit der Folgerichtigkeit des geistigen und überhaupt Fortschritts im Dasein des Menschseins in der nächsten Nummer wird der Zweifel als irrationales Gefühl beschrieben das wäre eben die Abteilung Finsternis Moment hier sind wir und wieder die nächste Nummer beschreibt ein Bedürfnis ein seelisches Bedürfnis als die innere Not des Egos was hat er bloß was hat er bloß was ist mit ihm alles in Ordnung ja alles okay blödeste Frage der Welt worauf das die innere Not des Egos dann auch nicht antwortet oder keine Ahnung und dann eben der Abgrund Sturz in dem Abgrund sie sind nicht mehr erreichbar diese Leute für niemanden nicht einmal für Pegida dann die alte Nummer 6 der Gleichsatzseiten auf Gleichsatz.de und warum weil wir es hier mit einer besonderen Sortierung für den YouTube Gleichsatzkanal zu tun haben der etwas für Ordnung sorgt zumindest einigermaßen für Ordnung sorgt wobei ich versuche auch für einen Umriss zu sorgen eine gewisse systematische Einheit des Ganzen so dass es sich nicht nur um Kraut und Rüben handelt genau die Nummer 6 niemand kann lange in Verzweiflung verharren schnell treibt sie den Menschen entweder in den Tod oder zur Tat den Tod jetzt mal ausgelassen beziehungsweise wurde schon öfter des öfteren angesprochen als nächste Station vom Wahnsinn zum nächste Station Tod und zwar was hier jetzt noch interessant wäre ist eben die Tat die dann unter Umständen wenn niemand dann die nötige Tiefe aufzuweisen hat das heißt den Wahnsinn eben schon ins Auge zu blicken musste geblickt hat kann dann eben auch mit eben 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 ja das ist ich denke mal meine Ebenschwäche gerührt von der ganzen Kanalkätigkeit beziehungsweise von der Firmierung der Webseite als Gleichsatz gleich ist immer horizontal eben Ebene eben schätze ich mal da kommt das her aber genug geplaudert wo war ich gleich nochmal ja genau da kann eben bei diesen Leuten die die den Wahnsinn ins Auge geblickt haben dann zu also wie besessen können diese dann irgendein Ziel im Auge haben und das dann auch verfolgen ohne Rast nicht müde werden eben weil ihnen immer der Wahnsinn im Nacken sitzt wäre einmal gibt es vielleicht schon dementsprechende Untersuchungen Studien zur Rolle der Besessenheit in der Biografie der erfolgreichsten Persönlichkeiten des 19. Jahrhunderts oder so gut dann der nächste Punkt Nummer 68 ein qualifizierter Therapeut stellt die Annahme des Klienten in Frage dass sein sprachliches Modell die Realität ist also was jetzt zu Therapien angeht ich habe jetzt es kann hier nicht von einem Anspruch in Bezug auf irgendwelche therapeutische Interessen erhoben werden wenn gleich es eben auch um den Begriff vielfältig um den Begriff der Realität geht und um dessen illusionären Charakter wenn es um eine logische Allgemeingültigkeit beziehungsweise Objektivität geht und ich denke mal dass es sich vielfach bei den Annahmen des Klienten jetzt ist meine Zeit zu Ende um eine Ansichten handelt beziehungsweise Übernahmen von objektivistischen Realitätsmodellen die dann eben sagt das Sprachliche da schon sprachlich das heißt Allgemeinbegriffe Abstraktionen werden für Realität gehalten und insofern das hier auf diesem Kanal besprochen wird handelt es sich auch um eine therapeutische Maßnahme ist einfach so aber das war es jetzt wieder von mir in Teil 11 der Kategorien Besprechung Zweifel Skepsis Misstrauen Depression Verzweiflung Selbstmarkt und Konsorten Peace und Aus musik ult heavenly 百 ta 11 1 3 2 3 2 1 2 Mikия 33 Bis zum nächsten Mal.